Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu unseren wundervollen Algorithmen. Heute gibt es natürlich den nächsten Sortieralgorithmus für euch. Und wir sehen schon, es geht eigentlich ein bisschen immer in die ähnliche Richtung. Am Ende haben wir eine sortierte Liste, aber nicht immer sind die Verfahren gleich. Und ihr seht auch, es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern es kommt immer darauf an, welchen Lösungsweg man für sich vielleicht am effizientesten findet oder was auch für einen selbst am meisten Sinn macht. Und dementsprechend möchte ich euch heute, tada, vorstellen, Bubble Sort. Bubble Sort hat erstmal einen coolen Namen, deswegen mag ich ihn, aber er ist auch ein relativ interessanter Algorithmus und geht, naja, nicht ganz in dieselbe Richtung wie Selection Sort, sondern ein kleines bisschen in eine andere Richtung. Und ja, dementsprechend fangen wir einfach mal direkt an. Bubble Sort macht erstmal folgendes. Es vergleicht die ersten beiden Elemente eurer Liste. Egal wie viele Elemente ihr da drinnen habt, kann übrigens auch ein Array sein, egal wie viele Dinger da drinnen stehen, da kann auch 100.000 Sachen drinstehen. In unserem Fall haben wir jetzt hier eine Liste aus insgesamt sieben Elementen und wir vergleichen mal die ersten beiden. Und was dann passiert ist, naja, sieben ist offensichtlich kleiner als 78, das heißt, wir vertauschen die zwei. Okay, weiter geht's und der Pfeil rutscht einfach ein zweiter und es werden die nächsten beiden Elemente miteinander verglichen. Und sollte hier wieder eine Vertauschung nötig sein, wird auch die wieder durchgeführt. Das heißt, es ist erstmal logisch, dass die 42 nicht das zweitkleinste Element ist, aber es ist genauso richtig, die 78 hinter die 42 zu führen. Und das ist eigentlich auch schon der erste wichtige Mechanismus. Es wird hier eigentlich, ähm, ja, immer zwei Elemente miteinander verglichen. Und deswegen auch Bubble Sort. Ihr habt da quasi immer eine Bubble aus zwei Elementen und die werden miteinander kombiniert. Okay, weiter geht's. Wir vergleichen 78 und 1337, was offensichtlich der Fall ist, dass 1337 größer ist. Das heißt, hier wird nicht getauscht. Weiter geht's mit 1337 und 8 und natürlich müssen wir die hier tauschen, ebenso wie wir hier wieder 1337 und 14 tauschen müssen, weil 1337 ist natürlich größer. So, und ihr seht schon, was passiert. Am Ende steht, egal wo dieser Wert am Anfang war, der größte Wert steht nach dem ersten Durchlauf komplett hinten. Das heißt, ich kann den Wert ganz hinten einfrieren. Der wird nicht mehr angefasst, der ist schon fertig, den müssen wir nie wieder angucken, das ist der größte. Und das könnt ihr mal gerne ausprobieren, einfach als kleine Übung. Schreibt einfach mal die 1337 irgendwo hin in eure Liste und spielt das Ganze mal durch. Ihr werdet sehen, der größte Wert ist nach dem ersten Durchgang immer ganz hinten. Ja, und wie wir hier sehen müssen, naja, die ersten paar Male wird nichts mehr vertauscht, aber hier schieben wir die 78 weiter nach hinten, dann schieben wir die 78 noch eins weiter nach hinten, weil offensichtlich 78 auch größer als 14 ist und wir schieben es noch mal eins weiter nach hinten. Und wir sehen auch hier wieder, der zweitgrößte Wert hängt ganz hinten jetzt an der Liste, die noch verändert werden kann. 1337 haben wir ja eingefroren, das wird nie wieder verändert, aber der zweitgrößte Wert ist auch hier jetzt fest. So, weiter geht's. Der nächst größere Wert, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ist die 42 und auch wie wir hier gerade sehen, wird die wieder weiter nach hinten geschuffelt. Das heißt, 42 wird mit 8 vertauscht, 42 wird mit 14 vertauscht und 42 wird selbstverständlich auch noch mit der 7 vertauscht, dem kleinsten Wert eigentlich. Und wir sehen auch hier wieder, der drittgrößte Wert steht ganz hinten. Wunderbar. Und schon sind wir eigentlich in einer Position, wo wir sagen können, hey, ich habe eigentlich ganz gut verstanden, was dieser Algorithmus hier tut. Wir gehen einfach durch die Liste durch und vertauschen immer zwei Elemente, sofern denn hier das nötig ist. Und wir frieren dann immer den größten Wert ein und jetzt haben wir quasi alles schon sortiert. Wir wissen es nur noch nicht, dass wir alles sortiert haben. Wir sind ja noch beim vorletzten Durchgang. Das heißt, wir sind eigentlich noch nicht ganz am Ende. Wir frieren aber die 8 noch ein und schauen dann, ob wir die zwei noch vertauschen müssen. Müssen wir in dem Fall nicht, weil die sind beide gleich groß. Also frieren wir auch diese beiden Werte ein und haben es durch. Ja, und damit haben wir eine sortierte Liste. Das ist Bubble Sort. Und wir können sehen, auch hier ist die Komplexität wieder ein O von N². Aber hier gibt es einen großen entscheidenden Vorteil, wenn ihr zum Beispiel teure Vertauschungen habt. Also wenn das viel Rechenleistung braucht. Zum Beispiel bei Listen ist das gar nicht so ohne. Ja, da sparen wir ordentlich dran. Und zwar haben wir hier maximal N mal N minus 1 halbe Vertauschung, weil wir natürlich immer mehr Elemente nach hinten verschieben und damit sind wir dann relativ schnell am Ende angekommen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Wir sehen auch hier wieder, dieser Algorithmus ist auch in place. Und das ist auch ein großer Vorteil. Das ist eigentlich auch oftmals ein Kriterium, habe ich euch ja letztes Mal erklärt, warum in place relativ geil ist. Und ja, Bubble Sort lässt sich sogar teilweise parallelisieren, was man auch mit anderen Algorithmen machen kann. Das ist aber ein komplett eigenes Thema, welche Algorithmen man parallelisieren kann und welche nicht. Da mache ich dann separat noch was dazu. Da könnt ihr einfach mal, falls ihr den Begriff kennt, könnt ihr da schon mal drüber nachdenken. Ist allerdings ein sehr fortgeschrittener Begriff. Das heißt, falls ihr nicht wisst, was parallel ist, macht euch keinen Kopf. Das ist wichtig, aber erst später. Und ja, das war es von meiner Seite und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Da gibt es übrigens keinen Sortieralgorithmus mehr. Yay, endlich mal was anderes. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.